Herzlich willkommen zu unserem Video Coaching Thema BioCircuit und BioCircuit ist ein Kraftausdauertraining. Deswegen heute das Thema Kraftausdauer. Ist ganz essentiell für unsere Gesundheit, für unser Fitness, müssen wir Kraftausdauer optimal trainieren. Das ist nur 50 Prozent unserer Maximalkraft brauchen wir bei einem Kraftausdauertraining. Das wiederum bedeutet, dass wir uns natürlich nicht komplett ausbelasten, aber unsere Muskulatur wird stetig gestärkt, wird beibehalten. Was wir nicht machen können durch ein Kraftausdauertraining ist die Muskulatur zu vergrößern oder sogar neue Muskeln aufzubauen. Das funktioniert nicht. Vorhandene Muskulatur wird gestärkt und wird beibehalten und somit haben wir damit das Optimale für ein Gesundheitstraining. Auch für Prävention super geeignet. Gerade unsere Skelettmuskulatur wird durch ein Kraftausdauertraining perfekt optimiert. Bei einem Kraftausdauertraining haben wir in der Regel einen Ablauf von drei Sätzen, also sprich drei Trainingsdurchgänge und dann ziemlich viele Wiederholungen. Und da beginnen wir mit 20 bis sogar 100 Wiederholungen. Kommt drauf an, wie du es wirklich aushältst natürlich und wie viel Zeit du auch investieren möchtest. Und dann sind die Pausen dazwischen immer ungefähr zwei Minuten. Dann hast du eine optimale Kraftausdauer und bist gestärkt für deinen Alltag. Wenn du noch weitere Infos haben möchtest, gerne hier unten auf unseren Link klicken. Gib uns ein Like, abonniere uns und wenn du Infos immer bekommen möchtest, dann gerne die Glocke aktivieren. Danke!